Ähm, gut, geh ich einfach mal ins nächste. Was haben wir hier? Nord Hall. Ja, geh wir einfach mal in Nord Hall. Weil, was anderes hab ich ja nicht. Oder so, ja. Ah, ok. So, was ist hier? Brave. Also das ist schon wieder leicht, oder wie? Wer weiß. Gut. Mann, Mann, Mann. Da hab ich wieder einen Spitzen, ja? Okay. So. Dacht mir mal, dass es hier ein bisschen angenehmer wird. Ja. Ja. Ja, wenn ihr euch fragt, sag mal, Leo, was ist eigentlich mit der Kamera? Ich krieg schon wieder von irgendwo. Wo kommt denn ihr her? Ähm, die mach ich jetzt bloß noch, wenn es irgendwie nötig ist, sag ich mal. Also, wenn ich mir jetzt denke, ja, hier wär's cool, wenn ein Brusel spiel oder irgend so'n Zeug. Ich bin jetzt bei solchen Spielen, wo ich dauerhaft immer die gleiche Willen mache. Wo ich einfach nur auf die Gegner immer wieder reinhacke, so gegen die Langeweile. So wie jetzt, ähm, ähm, brauche ich keine. Das ist unnötig. Das ist ja eigentlich nur, damit man das besser nachverfolgen kann, wie ich mich gerade irgendwie live bewege. Aber, wie gesagt, hier, wo ich einfach nur dauerhaft von oben nach unten mit dem Schwert drauf habe, ist eine Kamera irgendwie dämlich, find ich. Deswegen gibt's jetzt hier keine. Und ich werde das generell auch bei anderen Spielen und so. Auch bei Orbis, wenn ich nicht gerade die Questreihe mache, da überlege ich noch, ob ich die Kamera mache. Aber wenn ich nicht gerade eine Questreihe mache, dann find ich das unnötig, wie gesagt. Ja. Oder Waits oder irgend so'n Zeug, wo ich immer dauerhaft die gleiche Bewegung mache. So, ich hör schon wieder irgendwas. Da sind sie. Geh weg. Ich merke auf jeden Fall einen krassen Unterschied zu gerade. Dagegen ist das jetzt ein Spaziergang. Für den Tank hat er ziemlich wenig ausgehalten. Ich hab keine Muni mehr. In your face. Ja, weil sie jetzt nur Stufe 5 sind und nicht Stufe 9. Das ist bei Weitem angenehmer auf jeden Fall. Geh drauf, du Drecksack. So, ein Heiltrank und Geld. Gut, jetzt war ich zumindest wohl zu Geld, wo ich nicht will. Wichtig ist. Das geht mit dem Wackdoll ab. Zappelt ihr übrigens ab, weil ich durchlaufe. So, ist da noch jemand? Warte nicht. Geld, Geld. So, gibt's da noch was? Nö. Die muss ich öfter benutzen, damit die mit Skillen, Leveln, whatever. Problem ist halt nur, ich hab die in der Laufhand und halten und laufen und das hat super funktioniert. Geht noch nix. Okay. Okay, ne Muni mehr. Na gut, dann hau ich euch so aufs Maul. Stirb. Oh, Dingsbums. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Seh ich vor ganzen Wackdolls gar nicht mehr was ich überhaupt tue. Ah, die haben ja echt viel zu oft durchs Schild durch mit irgendwelchen Mist. Das nervt mich. Funktioniert nicht mehr ganz so akkurat wie früher, finde ich. Jetzt hab ich grad das Schild weggeschossen. Aber mit dem Schild zielen ist auch so ne Sache. Unterlass das. Und gib mir ein bisschen Muni. Gut. Äh, Ulti. Ich häng schon wieder... Sieht ganz lustig aus. So. Ulti ist an. Hier haben wir ein Portal. So. Warum schießt er die Ulti jetzt nicht weg? Ne geht. Gut. Immer dieses Aushalten hier zum Schluss. Ne Leveln. So. Ich geh schon wieder voll in die Fresse. Weiße. Ich hab's ja heute auch mit den Knöpfen wieder. So. Da ist wieder ein mieser blauer Laser. Ach du Scheiße. Hab ich schon erwähnt, dass das Spiel gern immer über 2. Muss ja weg. Ist das Portal immer offen? Ich würd gerne rein. Nein. Noch nicht. Bäh. Boah. Hintermüssen auch 20. Immer noch nicht. Ein hin und her gerenne hier. Boah. Ja Gott. Ein Blatt Goblet. Okay. Tschüss. Boah. Nervig. Was hab ich jetzt bekommen? Ah. Ein Zauberstab. Ah. Okay. Jetzt hab ich einen Zauberstab. Wie funktioniert der? Was? Swing rappen. Das funktioniert eher bescheiden. Ich glaub damit kann ich nicht wirklich gut zielen. Äh. Äh. Nee. Es ist nicht mein Fall. Das funktioniert. Dann müsste ich Soja machen. Und selbst dann treff ich nix. Ähm. Find ich nicht so doll. Muss ich wieder wechseln. Was haben wir hier eigentlich? Hook of Force. Kann ich das auch mitnehmen? Jetzt hab ich das hier noch oder was? Ah. Ja. Werd ich wahrscheinlich nie benutzen. Dafür sind jetzt die Dinger weg. Na gut. Na gut. Deskütteln würde je in der Ofereischung benutzen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das alles. Untertitelung des ZDF, 2020